M-I-T-O-M-A-T-I-K-E-R Schrägstrich I-N Also... Mein Name ist James, ich bin seit einem Jahr Mediamatiker. Ich heiße Attila, ich bin Mediamatiker im dritten Lehrjahr. Das ist eigentlich noch schwierig. Marketing, Gestaltung und Design, Informatik. Was macht ein Mediamatiker nicht? Ich muss mich hoch an konzentrieren, um nicht in die Kamera zu schauen, sondern über zu schauen. Dann haben wir zwei Insta-Posts. Einer mit Outtakes. Bist du immer noch am Filmen? Sicher flexibel und kreativ sein. Schnellen Auffassungsglauben. Warte, jetzt muss ich noch mal sagen, ich habe noch viel in die Kamera geguckt. Überhaupt nicht. Eigentlich nicht. Praktisch gesehen... So etwas nennen sich Mediamatiker.